Zweite Kata, zweite Form. Sie lässt mich leben. Ich kacke wieder an, die in der vorigen Form auch aus Jorakamai, Hukenagashi. Sie stoppt. Sie gibt mir Raum. Ich gehe zurück. Sie drängt mich mit Sanshin, macht ordentliches Sanshin. Okay. Ich habe überlebt. Wichtig ist bei der Geschichte, dass wenn Sie das Schwert zurücksteckt, betrifft jedes Mal die zweite Form, wenn ihr so macht, dann ist das keine Bedrohung. Wenn sie mit dem gezückten Schwert vor mir steht, so, bei dir hier dran, du hast es geschnitten, und ich dränge sie zurück und mache aber so, da kann ich nichts mehr tun. Ich muss sie dabei auch bedrohen. Ich muss Sanshin aufbauen, sodass Sie jetzt das Gefühl haben, lieber nicht angreifen. Das müsst ihr üben. Okay. Zweite Form. Dankeschön.